Hallo zusammen, willkommen zum Pressetag-Talk vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern am Sonntag bei Hertha WSC Berlin. Heute mit dem Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der sich euren Fragen gerne stellt. Legen wir auch gleich los, ist voll und damit wir keine Zeit verlieren, Uli Köhler bitte. Wie schaut für Sie der neue Trainer aus, wenige Voraussetzungen muss er haben, was ist sein Anforderungsprofil und was erwarten Sie? Das ist natürlich etwas, was wir intern diskutieren, ist klar. Ja, wir werden das alles, auch die Namen natürlich, genau das, was ihr wissen wollt, Profile und was der Trainer haben muss, das werden wir natürlich jetzt oder sind wir gerade dabei, intern zu diskutieren, aber dass wir uns darüber jetzt nicht äußern, ist ganz klar, weil dann werden die Spekulationen losgetreten und das ist nicht unsere Absicht. Aber ohne Namen zu nennen. Ja, das wäre genau das Gleiche, wenn ich jetzt Namen nennen würde und ich kann ja keine nennen, ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt Profile, dann würdet ihr da schon mal spekulieren. Man muss ja Deutsch sprechen können wenigstens. Das wäre auch gut. Taufik. Aber es ist schon so, dass Sie jetzt einen Trainer für sehr, sehr, sehr bald suchen, nicht jetzt eine Interimslösung bis zum Beispiel im nächsten Sommer und dann gucken, wie man rauskaufen kann, sondern schon jetzt was verfügbar werden. Ja, erstmal ist Uli Sagnol, ist unser Interimstrainer, erstmal die Lösung bis auf das Weitere. Und dann, wir sind gerade am Prüfen, holen uns alle Informationen, diskutieren darüber und dann, wenn wir zu einem Entschluss kommen, dann werden wir auch den Trainer einstellen. Aber wir versuchen jetzt, alle Möglichkeiten zu prüfen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ist das auch möglich, dass Uli das dann im Zweifelsfall länger machen könnte? Oder geht das tatsächlich mal eine zeitnahe Lösung, also eine Lösung, die dann langfristig geht? Ziel ist jetzt erstmal mit Uli, wie ich schon gesagt habe, bis auf Weiteres das zu machen. Das Wichtige ist jetzt das Spiel in Berlin, das wollen wir unbedingt gewinnen. Und dann muss man sehen, kann man einfach nicht sagen. Drei, drei Fragen? Taufik, lass mal. Klaus Bergmann. Wie sieht in der Zeitplan überhaupt aus? Uli Hoeneß hat ja gesagt, wir wollen möglichst in der Länderspielpause jemanden präsentieren. Ist das also der Zeitplan? Also es ist natürlich ein Tag, nachdem wir den Trainer entlassen haben jetzt oder uns von dem Trainer getrennt haben. Und es ist auch für uns keine normale Situation, dass wir uns in der Saison von dem Trainer trennen. Das ist auch für Carlo Ancelotti das erste Mal. Wir bedauern das alle sehr. Aber wie gesagt, die Situation müssen wir erstmal sacken lassen, müssen wir erstmal in Ruhe analysieren und dann werden wir uns dazu äußern. Philipp Kessler. Ich habe zu einer Pressemitteilung gestern stand, dass Sie und auch Karl-Heinz Rummenigge, dem Trainer, die Entscheidung mitgezahlt haben, dass er jetzt vorbei ist beim FC Bayern, wie hat Carlo die Entscheidung aufgenommen? Wie hat er reagiert? Ja, also wir beide haben ihm das mitgeteilt, natürlich auch, wie ich schon gerade gesagt habe, für Carlo Ancelotti auch keine einfache Situation. Das ist ihm auch noch nie passiert. Wie ihr alle wisst, ich habe auch wirklich ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer gehabt. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und wir bedauern das auch. Aber er natürlich auch, ist klar. Aber wir haben vom Klub her gemerkt, dass sich die Mannschaft eben nicht so entwickelt hat oder auch die weitere Entwicklung nicht so sein kann, wie wir beim FC Bayern das wollten oder wie das für den FC Bayern normalerweise normal ist. und deswegen mussten wir reagieren. Stefan Kuhnberger? Wollt ihr irgendwie weitermachen oder hat er es zu Kenntnis genommen? Natürlich hat er es zu Kenntnis genommen, weil er hat natürlich auch gesehen, dass wir auch Probleme hatten. Klar, dass wir nicht so gut gespielt haben, wie wir alle erwartet hätten. Und klar, dass man das bedauert, aber wenn die Entscheidung getroffen ist, dann nimmt man das hin. Das ist doch klar. Stefan Kuhnberger. In der Pressemitteilung wird Karl-Heinz Rummenigge so zitiert, dass die Leistungen der Mannschaft ja die ganze Saison über nicht gestimmt haben. Also das Paris-Spiel war zwar der letzte Tropfen, aber nicht komplett ausschlaggebend. Wann hatten Sie denn das erste Mal Zweifel an der Arbeit von Carlo Angelotti? Also es war ja nichts geplant. Wir haben das beobachtet und mit Sorge beobachtet, weil wir, wie ich schon gesagt habe, nicht gut gespielt haben. Aber wir haben natürlich gehofft, dass das besser wird. Aber das Spiel in Paris war eben nicht gut. Alles andere als das. Und deswegen, das war das Tropfen, was alles zum Überlaufen brachte. Und deswegen haben wir uns entschieden. Aber dass wir das die ganze Zeit beobachtet haben, ist doch klar. Haben Sie Ihre Sorge auch gegenüber Carlo Angelotti kommuniziert, all die Spiele über? Wir haben sehr viel darüber geredet, klar. Hat man ja auch gesehen, dass man versucht hat, nach der optimalen Formation zu suchen eben. Aber wie gesagt, natürlich habe ich, wie ich schon gesagt habe, mit dem Trainer ständig gesprochen, haben wir uns ständig ausgetauscht. Und wie gesagt, das Spiel in Paris war dann wirklich nicht gut. Manuel Bonnke. Uli Hoeneß hat gestern gesagt, dass fünf Spieler, die Carlo Angelotti auf einen Start gegen sich gebracht hat. Sie sind ja auch nah an der Mannschaft dran. War die Stimmung in der Mannschaft wirklich so schlecht? Haben Sie das auch gemerkt als Ohr an der Mannschaft? Ich habe gerade mit Uli Hoeneß noch einmal gesprochen und er hat gesagt, dass Carlo mit dieser Aufstellung, die er in Paris gemacht hat, dass er in diesem Spiel nochmal fünf Spieler gegen sich gebracht hat. Aber alles andere, was Uli gesagt hat, habe ich jetzt nicht ganz gehört. Aber er hat mir gesagt, dass er damit nochmal die Spieler gegen sich gebracht hat, weil man die in diesem wichtigen Spiel nie aufgestellt hat. Und ja, ich denke, wenn die Spieler natürlich nicht spielen, ist doch klar, dass die unzufrieden sind. Heiko Niederratz. Willst du ein bisschen was sagen, wie das Team sich jetzt aufstellt? Was ist mit Co-Trainer und Fitnesstrainer? Da sind ja die anderen Landsleute von Carlo jetzt auch mitgegangen. Wie stellt sich das Team jetzt auf? Ja, ich habe dann klar dem Staff von Carlo Ancelotti das auch gestern auch mitgeteilt. Nochmal, was auch für uns nicht normal ist, dass wir uns in der Saison eben von einem Trainer trennen, ist für uns alle eine schwierige Situation. Aber klar, Carlo und sein Staff betrifft das alle. Jetzt wird es so sein, dass Holger Bräuch und Tappalowitsch, Toni, auf der Bank sitzen und auch Thomas Wilhelmi, das sind unsere zwei Fitnesstrainer. Und Toni war sowieso auf der Bank eben. Und natürlich übernimmt der Willi das als unsere Interimführer. Uli Köhler? Es geht um diese fünf Spieler oder beziehungsweise um die Aufstellung. Fanden Sie diese Aufstellung auch quasi eine Provokation? Das war ja schon ein Hammer. Weil da ja auch die Spieler, die dieses Bayern-Gen in sich tragen, da war außer Thomas Müller dann gar keiner mehr auf dem Platz. Nein, das glaube ich nicht, dass Carlo das als Provokation gemacht hat. Er war absolut überzeugt von dieser Aufstellung. Er hat gedacht, dass wir mit dieser Aufstellung gewinnen können. Wir haben leider das Tor in der zweiten Minute schon gekriegt und haben danach auch ein paar Möglichkeiten gehabt. Aber wie gesagt, der Trainer hat die Taktik so gewählt, so wie er dachte, dass er am besten ist. Und es ist schiefgegangen. Aber natürlich war das gewagt, ist klar. Und in so einem wichtigen Spiel. Aber der Trainer war absolut davon überzeugt. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Mannschaft im Hinblick auf Sonntag, im Hinblick auf die Saison? Ist die Mannschaft befreit? Hat sich irgendein Feedback gegeben? Die Spieler sind gerade gekommen. Sie haben das auch gestern Nachmittag gefahren. Wir haben uns noch nicht gesehen. Eins ist klar, jetzt haben wir uns vom Trainer getrennt. Und ich genauso, wie das Karl-Heinz auch gestern gesagt hat, erwarte eine Reaktion von der Mannschaft am Sonntag. Weil jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr, sondern das Spiel in Berlin muss gewonnen werden. Und da werden wir alles dran setzen jetzt, alle zusammen. Willi Sagnol wird die Mannschaft vorbereiten, so einstellen, dass wir Top-Mannschaft auf dem Platz haben. Und dass wir, wenn es irgendwie möglich ist, das Spiel gewinnen. Christoph Nah hinten. Aber es geht um die Reaktion der Mannschaft. Ganz klar. Pazzo, was glauben Sie? Warum ist Ancelotti in München gescheitert? Das ist eine gute Frage. Es ist schwierig, das jetzt zu beantworten. Vielleicht muss man sich ein bisschen Zeit lassen, um sich über diese Sache Gedanken zu machen. Eins ist klar, wie ich schon gesagt habe, dass wir vom Klub gezwungen waren zu handeln, weil wir eben gesehen haben, dass das nicht besser wird. Wir haben keinen guten Fußball gespielt in den letzten Spielen. Und der FC Bayern möchte nicht nur gewinnen. Wir haben Spiele gewonnen. Klar auch mit deutlichen Resultaten, mit 3-0, 4-0, 3-0. Aber wir haben Schwächen gesehen und dass wir das nicht gut gemacht haben, mussten wir reagieren. Man hat ja gehört, dass Carlo Ancelotti auch deswegen geholt wurde, weil er sehr gut mit den Stars arbeiten kann. Viele große Fußballstars haben immer gesagt, dass Carlo Ancelotti unser bester Trainer war. Warum hat das in München nicht funktioniert? Ja, es ist in dieser Saison nicht gut gewesen. Gleich angefangen von Anfang an. Wir haben auch eine schwierige Vorbereitung gehabt. Wir haben da auch mehrere Spiele verloren. Es war auch keine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Der Trainer hat es eben nicht geschafft, guten Fußball zu spielen. Diese Spieler so hinzubekommen, dass die feinen Fußball spielen, so wie wir eigentlich gewohnt sind vom FC Bayern. Und deswegen war das irgendwann klar, dass wir dann reagieren mussten. Machen wir noch drei Fragen. Hanna, Taufik, Klaus und Stefan. Hanna, bitte. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Uli Hoeneß und Karl-Azt Rummenigge sich nicht immer einig sind, wenn es um Entscheidungen geht. Wie ist deine Rolle jetzt in dieser Konstellation? Seid ihr euch alle einig, was das Profil des Trainers angeht? Oder ist es teilweise auch schwierig zwischen den beiden zu kommen? Das hat der FC Bayern immer ausgezeichnet. Dass wir ja immer Entscheidungen treffen, nur wenn wir uns alle einig sind. Und das werden wir auch sein. So wird das immer beim FC Bayern sein. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und ich werden nur eine Entscheidung treffen und werden in einen Raum gehen. Und werden nur dann mit einer Meinung rausgehen oder mit einer Entscheidung rausgehen, wenn wir uns alle einig sind. Taufik? Sie haben vorhin gesagt, es geht darum, die Mannschaft wichtig einzustellen. Die Einstellung hat mal so das Gefühl, das ist das, was das größere Problem war, als dass die alle das Fußballspielen verloren haben. Wie ein langer Pass geht und ein kurzer, das glaube ich, wissen die immer noch. Wie ändert man jetzt diese Einstellung? Sie haben gesagt, es gibt keine Ausreden mehr. Also diese Nummer, ich komme nicht mit ihm zurecht, das gibt es jetzt nicht mehr. Was erwarten Sie von Willi Sagnol? Wie muss er das ändern? Was erwarten Sie von der Mannschaft? Wie muss die sich da präsentieren? Ja, man darf jetzt nicht nur Willi Sagnol die Aufgabe geben. Natürlich ist er unser Interimstrainer, aber da ist die Mannschaft gefragt. Da sind alle, die auf dem Platz stehen und die, die nicht auf dem Platz stehen, gefragt, dass die Reaktionen zeigen, dass sie zusammenrücken, dass sie eine geschlossene mannschaftliche Leistung bringen und dass sie auf dem Platz Vollgas geben und beweisen, dass wir eine Truppe sind. Das heißt, Sie gehen auch auf die Mannschaft zu? Sie fühlen sich jetzt in der Verantwortung, dass Sie sagen, ich kann das jetzt auch mal dazwischen machen? Ich erwarte eine ganz klare Reaktion von der Mannschaft, klar. Klaus Bergmann. Was mich interessieren würde, glauben Sie, dass im Moment die Dominanz des FC Bayern in Deutschland bröckelt? Haben Sie noch den Glauben, dass diese Trainerentscheidung jetzt die zentrale, um doch wieder den FC Bayern diesen Glanz der letzten Jahre erscheinen zu lassen? Ja, dass wir eine Trainerlösung wollen, ist doch klar. Wie ich schon gesagt habe, dass wir alle Informationen zusammenbringen und uns Gedanken machen, darüber diskutieren, darüber beraten, das ist klar. Wir brauchen einen Trainer, der alle diese Probleme, die wir haben, anpackt und für den FC Bayern gute Lösungen findet, das ist klar. Und das ist im Moment, weil das in der Saison ist, keine einfache Aufgabe, aber wir werden sicher eine gute Lösung finden. Letzte Frage bitte, Stefan. Ich möchte die Frage noch gerne beantworten, bröckelt die Dominanz des FC Bayern? Oder haben wir eine Zeitenwende in Deutschland? Da glauben Sie mir, Sie brauchen sich um den FC Bayern keine Gedanken machen. Wir werden wieder stark aus dieser Situation herauskommen. Es ist früh in der Saison, es ist noch ganz lange zu spielen. Wir wollen immer noch unsere Ziele erreichen, wir wollen immer noch Meister werden. Wir haben eine Top-Truppe, wir haben super Spieler und mit denen wollen wir den Weg gehen. Dominanz hin oder her, wichtig ist das Spiel jetzt am Sonntag. Das wollen wir gewinnen, alles andere sehen wir Daten. Sie haben zu Beginn der Pressekonferenz gesagt, es wird alles intern besprochen. Wie darf man sich denn die Zusammenarbeit von Uli Hoeneß und Ihnen jetzt konkret vorstellen? Telefoniert da jeder wild in der Republik rum und Sie treffen sich abends und sagen, ich habe die Absage und ich habe die Zusage? Wer koordiniert das Ganze? Wir setzen uns immer zusammen und holen uns alle Informationen. Wir drei sind im ständigen Austausch. Wir sind keine Amateure, sondern wir sind Vollprofis. Wir werden versuchen, die beste Sache für den FC Bayern, den besten Trainer in diesem Moment, zu finden. Aber es arbeitet keiner auf seiner Hand irgendwie, sondern wir drei zusammen. Nur das, was wir intern besprechen, was wir drei besprechen, werden wir auch machen und genau so sieht es aus. Dann vielen Dank für Ihr Kommen. Bis Sonntag dann für den größten Teil in Berlin. Danke. Ciao. Ciao.